Mein Name ist Insa Uphoff. Ich führe das Schuhhaus Bockstiegel mit meinem Mann. Cornelius Uphoff. Wir führen das Geschäft in der fünften Generation und jetzt seit 30 Jahren. Wir führen hochwertige Schuhe im Damen-, Herren- und Kinderbereich. Das Schuhhaus Bockstiegel liegt in der Ostfriesland. Das ist in der Nähe der niederländischen Grenze. Wir haben einen sehr großen Einzugsbereich und wir legen Wert auf gute Schuhe, gute Beratung, guten Service und auf eine große Auswahl.